Morgen Leute und da bin ich wie euer Blacksheet von Team Krado. In der letzten Folge haben wir mehrere Versuche hier schon gebraucht. Ich hoffe mal, das ist jetzt auch der letzte. Nicht noch einer, muss jetzt unbedingt sein. Da ist noch ein Kackpanzer. Oh, der ist auch weg. Tschüss. Irgendwer ballert hier nach vorne. Bekloppt auch nicht. Wir machen erstmal alles weg hier noch. Also zumindest hier, weil die vielleicht vorne stehen. Kein Bock wegen dem Fussfallkinder hier zu sterben. Da oben sind auch noch welche. So, sollte eigentlich reichen. Können wir da durchfahren? Sollen wir da durchfahren? Durchlaufen jetzt? Durchfahren, ne? Panzer. Nein. Bleib ich an der kleinen Ecke da hängen. Ja, genau. Der irische Savoteur, Alarm! Ich muss so langsam, so langsam habe ich mich bis dann... Oh, an den Panzer gebührt. Musst du dich nicht zerstören? Ah. Jetzt wird auch alles bunt wieder. Ah. Ah, ja. Schon viel schöner hier. Oh Gott. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ich würde mal sagen, wir hauen hier jetzt einfach ab. Panzer kann ich da nicht so weit hochschießen, sonst würde ich die ganzen Dinger aufzerstören. Naja, aber das würde heute glaube ich nicht so klappen. Oh shit. So, wer sieht uns denn jetzt hier noch? Irgendeiner sieht uns hier auf jeden Fall noch. Dann würde ich den Dinger vielleicht benutzen. Ah, hinter mir. Wir können jetzt benutzen den Alarm. Anscheinend schon. Okay. Ganz unauffällig. Werden wir jetzt den Alarm. Inhalt wird geladen. Na fuck. Oh, Gott sei Dank habe ich es geschafft. Warum ist da so eine Bombe? Ah, Zeppelin ist das. Ah, gar keine Bombe. Aus wie eine Bombe kurz. Ui, Leute. Das war ja anstrengend heute. Hm. Ne, da habe ich jetzt keinen Bock da hochzulaufen. Hochzuklettern. Guck mal, bestimmt noch irgendwie anders kaputt. Ein andermal vielleicht. Ich habe jetzt vielleicht noch ein paar schöne Sachen zu zerstören. Ja, aber so ein Panzer, das ist halt echt was jetzt. Also jetzt hier durch die Stadt zu fahren, alles kaputt machen. Man muss ja nicht alles mit Dynamie zerstören. Man kann ja auch einen Panzer benutzen. Echter Mann, alte Lady. So, zerstören wir das mal. Scheiß. Lautsprecher hier. Oh, eh keiner. Ich damit... Oh Gott, da sind ja Deutsche hinter mir. Oh, shit. Schnell weg, schnell weg. Fallen lassen. Ja, genau. Ignoriert mich einfach. Ich bin los. Ein normaler Kletterer hier. Das ist schmuggelgut. Schmuggelgut. Ich will schmuggelgut haben. Weiter mit. Zack. Tritt. Wir haben ja ordentlich wieder, ne? Okay. Wo sind wir jetzt eigentlich überhaupt von der Karte her? Also, das ist ja schon relativ viel bunt jetzt. Wir sind ja schon gleich bei Lück hier. Ah. Guck an. War das nicht der Schlachthof hier? Okay. Ist woanders. Cool. Hallo. Was macht ihr denn schon wieder hier für Dummheiten? Wir müssen einfach da mal rüber. Ich möchte auch die Dinger da zerstören. Wunderschönen guten Morgen. Oder wie spät es auch sein mag. Hat leider nicht gereicht. Schade. Genau. Der Deutsche gammelt hier immer noch rum. Und der derigt mich jetzt auch. Der muss sterben. Bitte, bitte, bitte sterben. Bitte sterben. Uhuhuhu. Ja, toll. Lief ja richtig gut, ne? Das lief ja richtig gut. Bitte, komm. Bitte, komm. Bitte, komm. Jawohl. Aber wir hätten da ja noch gepfiffen gerade. Das stehe ich jetzt nicht so ganz. Ist auch egal. Ne Dachrinne wäre jetzt nicht schlecht. Ne Dachrinne wäre jetzt nicht schlecht. Aber wir haben ja bald Stacheldraht. Wir haben ja bald Deutsche. Ist auch nicht. Was ist denn das hier, Alter? Das ist ein Panzer. Das ist ein Panzer. Das ist ein Panzer. Halter. Das ist ein Panzer. Das ist ein Panzer. Okay, lol. Die verprügeln die alte Frau da. Ja, scheint wohl so eine öffentliche Toilette zu sein. Ja, wir wollen zur Lüge. Zumindest ist der Panzer weg, ja, ja. Hier rein, ne? Ach, Turm würde ich jetzt aber auch noch gerne zerstören, muss ich ehrlich gesagt. Ja. Zumindest ist hier kein Stapeldraht. Bla, bla, bla. Ja, und schon sind wir da. Oh. Irgendwann den Kack mal in die Luft. Oh, hier keiner mehr hier. Bitte explodier, bitte explodier, bitte explodier. Gott sei Dank. Was? Gott sei Dank. Das ist verdächtig. Stimmt doch gar nicht so ganz normal, dass man hier lang klettert. Das ist halt ein ganz normaler Weg. Ja, ja. Mach mal lieber ab da oben, bevor du gleich in die Luft fliegst, ne? Jetzt halte ich doch mal fester. Mensch. Mach das. Wird ja aber nicht viel bringen, wenn ich unter dir bin. Zack. So, und jetzt schnell rüber. Wenn das geht, bitte, bitte, geh, geh, los, los. Nein. Nein, nein. Oh. Nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Obwohl, eigentlich können wir uns ja auch wieder runter. Das ist noch ein General, ne? Fuck. Den hätte ich ja mal... ...irgendwo anders jetzt abballern können. Das ist mir komisch. Oh. Scheiße. Oh, scheiße. Wenn ich ihn finde, ist er tot. Also, jetzt... Hä? Alter. Minimal knapp gewesen gerade. Minimal. Die haben wir auch hier wieder gebaut, ne? Oh, sag nicht. Das war jetzt der General da, oder? Oh. Zum Glück erkennen die mich nicht so gut. Hier drunter. Ich hier mal wieder rauskommen würde. Oh. So. Hallo, Luke. Ich bin froh, dass Veronique zu uns gestochen hat. Sehr schön. Freunde. Renard und seine Männer. Sie sind vor zwei Tagen verschwunden. Heute Morgen haben wir sie ihr gefunden. Was ist passiert? Sie haben sich auf eine Mission vorbereitet. Renard wurde mit den Taschen voller Zünder erwischt. Er war ein arter Hund. Aber die haben ihn gefoltert, bis er auch die anderen verraten hat. Dieser blonde Schlechter hat ihn geäutet wie ein Tier. Wie war das? Der neue Chef der Staatssicherheit. Ein deutscher Oberst. War vor dem Krieg so eine Art, äh... Rennfahrer. So heißt er. Das ist seine Botschaft an die Résistance. Was war Renards Ziel? Das Geschütz am Élysée-Theater. Er ist in diesem Teil der Stadt ein Machtsymbol der Deutschen. Macht einen ohrenbetäubenden Lärm. Immer wenn es feuert, schwindet in Paris die Hoffnung. Dann müssen wir den Parisern wohl einen Grund zum Feiern geben. Ich dachte mir, dass Sie das so sehen. Reden Sie mit Brayman. Immer her zu mir, ich bin bereit. Oh, die gucken alle zu mir, ne? Ist klar. Ist klar. Hm, wie mache ich das jetzt? Ach, scheiß drauf. Ist auch erstmal egal. Möchte jetzt nicht so viel Alarm hier erzeugen. Das Auto hätte ich gerne, das Auto hätte ich gerne, das Auto hätte ich gerne. La, 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 la. Gib mir das Auto. Ah, bleib stehen. Haben wir die schon? Hm. Wo müssen wir denn hin? Bitte nicht so weit. Ich möchte jetzt nicht so weit fahren. Ja, geht ja noch. Geht ja noch. Hatten wir ja schon mal schlimmer, ne? Schlimmere Fahrwege. Warum sieht das Auto auf einmal so komisch aus? Schon immer so dicht? Man, da wird zwar schon immer so dicht. Das war doch so, ne? Richtig entspannte Musik. Das ist der Pariser Eiffelturm. Cool. Das sieht aber echt komisch gerade aus. Das steht hier. Ein Panzer. Okay, ne. Damit möchte ich mich jetzt nicht anlegen. Zu viel Deutsche da gerade. Wo ist die Box, wenn man sie braucht? Oh Gott, da sollte ich glaube ich nicht durchfahren. Die sind ja rot. Na, Platzer. Boah, Alter, mach doch die Augen auf, du Vollidiot. Devlin, schön Sie zu sehen, mein Freund. Gleichfalls, was liegt an? Die Deutschen haben eins unserer sicheren Häuser auf dem Land entdeckt. Wir verstecken dort Frauen und Kinder vor der Geheimpolizei. Sie füttern das Belagerungsgeschütz gerade mit den Koordinaten des Hauses. Können Sie sie warnen? Nein, keine Zeit dazu. Dann müssen wir uns eben beeilen. Nehmen Sie die. Sie werden einen starken Sprengsatz brauchen, um das Geschütz zu zerstören. Das haben wir jetzt bekommen. Oh. Okay. Erreiche den Hof. Achtung, Achtung! Countdown, oh, wird auf Zeit. Bereitschaftsprotokoll wird erstellt. Nicht cool. 10 Minuten bis zum Abschuss. Kalibrierung der Warnkurve läuft. Bauen wir da ja noch ein paar von. Ein Stealth. Wo ist hier einer? Über mir, ne? Da haben wir auch nicht wirklich viel Zeit. Wir sollten jetzt auch nicht so viel Zeit lassen. Das ist ja doof. Was ist das denn für ein Bugklapp gewesen? Schon wieder? Ich werde angegriffen von mir. Oh, den haben wir. Oh, oh, Flammenwerfer. Oh. Die sterben schnell. 9 Minuten bis zum Abschuss. 9 Minuten noch. Die Spielzeit ist das ganz nicht viel. Oh, die Waffe ist so geil. Gott sei Dank haben wir die. Ah, 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 ah. Oh, oh, oh. Oh, Sniper. Nicht gut. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht gut. So macht das Spaß, Deutsche zu töten. Mit der Waffe. Ich weiß auch, ob ich schon noch irgendwo einhinein. Da bist du ja ein Miststück. Oh, da hatten wir es mir zerstört. Boah. Der ist ja echt doof, da. Machen wir jetzt mal den da hinten. Das ist wohl die geilen Polizei da hinten. Noch 8 Minuten. Abschlussprüfung des Rückstoßsystems initialisiert. Okay. Also die Kanone scheint wohl ordentlich Wumpf zu haben. Allein wenn der uns da schon so einen neuen Springsatz gibt. Ah, kurz mal nebenrecken. Oh, shit. Ich hätte mir vielleicht einen Charabiner mitnehmen sollen. Okay, das ist ja echt doof. Okay, Pistole. Overpowered. Immer noch. Was? Gucken, reicht das? Hm, ne. So, dann gehst du weg. Da ist noch einer. Ich schieße doch irgendwie mal mit. Da kriegt man auf mich. Anscheinend trifft der noch nicht. Jetzt mal sterben, bitte. Hey, es war ein Headshot. Hallo? Die Palatten da? La, la, la. Wird da in mir sein, oder? Nein, nein. Was machst du denn? Mensch. Freundchen. Eieiei. Das war aber ganz schön rot. Jetzt auch wieder. Die sind aber überall hier, ne? Fangen Schweine. Ah, da rechts. Okay, jetzt bin ich tot. Gut, das habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Also, boah. Ich baue ein Charabiner mit einem Scharschützengewehr. Bereitschaftsprotokoll wird erstellt. Zehn Minuten bis zum Abschuss. Kalibrierung der Warnkurve läuft. So. Und wer ist jetzt der Größte? Der ist tot. Der ist auch tot. Alle weg, alle weg. Alles schick. Alles schick hier. Der ist auch weg. Aber das war jetzt, glaube ich, ein bisschen zu viel des Guten, oder? Oder? Nein. Lol. Wo sieht der mich? Das. Schweinerei. Wir hatten nämlich gesehen. Die machen aber auch einen Schaden, ne? Also, ich werde mir auf jeden Fall da oben den Karabiner holen. Von dem Typen hier. Wenn ich das schaffe. Oh, ha, ha, ha. Den brauche ich unbedingt, also. Ohne ist echt nicht so schön. Zielfernrohr sogar. Perfekt. Perfekt. Also, für die Entfernung ist der nicht so geil. Scheiße, Schüsse. Doch. Ah, man kann auch ran. Abschlussprüfung des Rückstoßsystems initialisiert. Wir haben wieder irgendwas. Scharztürze verkünstet. Gefahr geschaltet. Okay, cool. Ich will mich später mal an. Jetzt nicht. Den haben wir. Ja, mit dem Scharztürzgebäß, das ist doch schon tausendmal geiler. Mensch, wer schießt denn da? Da unten, Alter. Ich glaube, es hakt. Das überlebt er ja, natürlich. Bede, der wäre jetzt nicht gestorben, ne? Das war's noch einer. Ne, das ist nicht so gut. Alter, wir ballerten da. Achso, das ist MG. Noch sieben Minuten. Da oben ist einer. Oh, du witzig. Hab ich doch gerade getötet oder nicht? Jetzt ist er zumindest tot. Drei Schuss. Drei Treffer. Perfekt. Jetzt müssen wir mal langsam mal weiter hier. Pushen. Ach, du Kacke. Ey, nicht dein Ernst. Nicht dein Scheißernst jetzt. Nicht dein... Scheißernst jetzt. Naja, den treff ich glaube ich nicht so gut, ne? Sechs Minuten bis zum Abschluss. Doch. Prüfung des Rückstoßsystems abgeschlossen. Hydraulikpunkten aktiviert. Der Typ hat gerade gepennt. Au, 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 au. Ne, da laufe ich nicht nochmal weiter. Da laufe ich nicht noch lang. Meine ich. Die 40 möchte ich auch nicht haben. Wer schießt hier? Das ist ja eh echt die Ekel hier. Jetzt habe ich ihn erwischt. Gott sei Dank. Oh shit. Naja, fünf Minuten. Hydraulik arbeitet mit maximaler Kapazität. Alter. Alter. Da kam gerade ein bisschen viel auf einmal. Lol. 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 Was schießt denn da? Den habe ich erwischt. Ja. Da oben, kack Sniper. Geist du einfach in das Teil so scheiße verzieht auch noch? Jetzt haben wir ihn. So. Jetzt laufe ich, würde ich mal einfach, ich würde sagen, einfach mal hier hin. Panzerschreck. Ne, danke. Vier Minuten bis zum Abschuss. Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit kalibrieren. Das ist ja eine Zeit verschafft. Den haben wir. Okay, gut. Aber hier die Kanone. Können wir ihn auch benutzen? Das wäre ja cool. Äh. Ne, er meinte, er reicht nicht von links vom Sair. Reicht das jetzt einfach, wenn ich jetzt hier einfach dran packe? Glaube ich nicht, ne? Doch. Doch. Jawoll. Und es wird bunt. Geil. Schönes Ding. 200. Oh ja. Chargschütze. Vergünstigend. Freigeschaltet. Ja, wo war der in Atta? Cool. Oh, eigentlich ist es bunt hier. Und wir können das nochmal nutzen. Oh, es ist schön ausnutzen, meine ich. Oh yeah. Hättet ihr das mal woanders hingebaut, Leute? Ist da was drauf? Sieht so aus. Oh. Ups. Sollte ich das hier nochmal machen? Glaub ich irgendwas zerstört? Tschüssi da. Ja, davon kann ich nicht sterben. Gut. Zu wissen. Ist das ein Wachtorblenden? So, geht das Ding ab, ey. Den treffe ich leider leider nicht. Ah. Wollte ich was sagen. Den kann man auch zerstören. Oh, Action hier, ne? Zeppelin zerstört. Das haben wir auch zerstört. So macht zerstören viel mehr Spaß. Da reicht die Reichweite leider nicht. Schade. Naja, machen wir das Ding mal kaputt. Ich glaube, wir haben Alarm. Alarm schon für vier. Ach du Kacke. Ach du Kacke, Kacke, Kacke. Du Scheiße. Können wir uns ja besser freikämpfen jetzt. Ist hier noch was? Was ist hier? Was soll hier angeblich sein? Ist schon wieder oben drauf, ne? Möchte es haben. Ach, Schmuggel, gut. Ach, gut. So, wo ist denn jetzt der dichteste Stürzpunkt von unseren Verbündeten? Alter, der ist ja kreisgroß. Uh, der ist ja da in der Mitte. Ach du Kacke. Wirklich dicht ist es ja jetzt nicht, ne? Wir können es da jetzt schon mal hinkämpfen so ein bisschen. Auto wäre ja auch nicht mehr verkehrt. Damit kann ich jetzt leider nicht dienen. Doch, Auto. Gott sei Dank. So geil die Karre hier. Das kann ja lustig werden. Ach, Scheiß. Ich muss auch nach hinten. Da lang. Oh. Ist das ein Panzer? Ja, das ist ein Panzer. Hallo, so ein Kettenpanzer. Ja, der ist schon ein bisschen gefährlicher, glaube ich. Weg, 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 weg. Ach, Scheiß. Fuck, nicht schießen. Nicht schießen. Oh. Gib Gas. Alter, was ist denn hier los auf einmal? Ach, Scheiß. Bitte, 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 bitte. Ich möchte hier kämpfen. Ich möchte hier kämpfen. Kopf einziehen. Das Deutsche? Ne, das sind unsere, ne? Oh. Jawoll. Da, das Auto möchte ich nachher haben. Aber ich glaube, das steht so lange nicht. Der schießt da jetzt rein. Der schießt da rein. Hat ein Frechdax. Alter, was kommt denn da alles an? Alter. Was sind das denn für gepanzerte Heinis? Ach, du Scheiße. Die Waffe hätte ich gerne. Wenn man die überhaupt tragen kann. Ich glaube, das ist unsere, die wir haben. Das kann natürlich auch sein. Gucken wir gleich mal. Ne, die haben wir noch nicht. Die haben wir ganz bestimmt noch nicht. Jawoll. Geil. Neue Waffe. Alter, Alter. Alter, wie heftig ist die denn? Loll. Geil. Die dürfen wir nicht verlieren jetzt. Da bin ich echt traurig. Die ist ja, die ist ja, alter, wie geil ist die denn, bitte. Kleines Mini-NG. Alter, guck mal, wie viel Schuss wir haben. Warte mal, können wir das benutzen? Feuer. Was ist denn da? Oder? Nur von da. Teil wenig. So, den haben wir. Die Waffe mag ich. Die, ja, die gefällt mir. Boah, geschafft. Alter. Also diese Kämpfe sind ja saugell gemacht, muss man ja schon mal sagen. Nee, nee. Das ist noch ein Muni. Das ist unser alter. Okay. Auch unsere alten Waffen. Alter, wie geil war das denn jetzt, bitte. Der Schild hier erstmal. Ein einziger. Kann man sich denn hier angucken? Kommt man hier rein? Ah, hier kommt man rein. Ich würde mal sagen, was da oben ist, erfahren wir erst in der nächsten Folge. Haut rein, Leute.